Willkommen zum heutigen Livestream. Als erstes werde ich nochmal nachschauen, wenn es hier online geht. Ob der Livestream auch wirklich klappt, das heißt der Livestream ist jetzt gestartet. Und ich will jetzt ein bisschen Pass of Exile spielen. Es ist aktuell so, dass Pass of Exile ein Charity Event laufen lässt, das knapp zwei Wochen geht, oder ziemlich genau zwei Wochen. Ich habe bisher noch nicht angefangen in diesem Event mitzuspielen, auch wenn es schon vier Tage läuft. Mein Ziel ist es im Moment für heute Level 15 zu erreichen, in die Stashtab-Bundle zu kommen. Und mal schauen, wann ich bis zu welcher Stufe ich noch aufsteigen kann. Die Schwierigkeit ist, wie immer bei den Events, dass sich hierbei... Es handelt sich dieses Mal um eine Mischung von Ambush und Invasion. Das bedeutet, dass sowohl die Strongboxes eben mit diesem Ambush-Charakter auftreten, als auch Invasion, soweit ich weiß, sind hier die Exiles, die ziemlich harte Gegner sind, wohl auch entsprechend vorhanden. Aber da werde ich mich gleich überraschen lassen. Ja, im Moment bleibt nichts weiter als einfach mal zu starten. Mal gucken, wo eigentlich der Anfang aktuell ist. Okay, Level 31 sind so momentan die letzten, oder die Top 3000 zumindest. Mehr werden wahrscheinlich einfach nicht angezeigt. Das heißt, sobald wir den Rang oder die Top 5000, das sind also schon eine ganze Menge im Spiel gewesen. Aber das soll uns nicht anhalten. Also das Event läuft, wie gesagt, schon einige Tage. Es verbleiben noch neuneinhalb Tage und ja, keine längere Vorrede. Einfach auf uns spielen. Ja, ich hoffe mal, dass der Livestream soweit funktioniert. Die Schwierigkeit momentan ist, dass, glaube ich, in knapp zwei Stunden wird Twitch eine Wartung an seinen Servern machen. Das heißt, es kann sein, dass in der Zeit der Livestream abbricht. Aber hoffen wir mal. Das Beste, zumindest der Chat und ähnliches, würden in der Zeit nicht funktionieren. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass alles klappt. So. Das würde einfach das Leben kompliziert machen. Ja. So ist das im Moment. Ja. So. Ich war erstmal der Wechsel. Und wie gesagt, ich hab beim Chalki-Event dieses Mal auch ganz gestartet und jetzt gehen wir doch gleich mal mit dem Kartan. Achtung, Soldaten! Wir haben Kräuter gegen unsere... Sie waren recht, mich zu befreien. Wenn sie nur auf ihre Brüder hörten. Habe sie nicht mein Haus mit Feuer genommen, hätte ich nicht ihre Kinder genommen. Jetzt bin ich von Reklast geblieben. Ich habe die dunklen Räume gehört. Ich habe den Terror in den anderen Exiles' Augen gesehen. Ich muss den Terror in den destruben, Oh nein... Okay... Ich habe das 결� dois nicht, weil hinterher muss ich den Stream noch mal kurz unterbrechen und die Daten übertragen ein bisschen heruntersetzen. Ich glaube aktuell leckt der Stream einfach zu stark. So, im Augenblick es geht gleich weiter. Jetzt muss ich die Bitrate etwas runter. So, ich hoffe, dass der Stream jetzt etwas besser läuft. Oder ob das schon mit den Wartungsarbeiten zu tun hat, aber normalerweise noch nicht, weil die sollten erst in einer Stunde beginnen. Wir haben alle, die es geschafft haben. Das ist ein Feuerwerk. Die Strangbote und Monster und Possessend Invade von Elfen und Weirkowt. Ah, ok, das heißt Invasion League. Na gut. So, eine Herausforderung, die auf jeden Fall, finde ich, tun bleibt. Und dann ist darauf zu achten, dass ich dieses Mal die Resistenzen auf dem Weg anfange und verwende. Weil bisher bei den schnellen Events war das meistens nicht in dem Umfang notwendig. Aber bei den höheren Leveln ist es sozusagen zwingend, das einigermaßen überstehen zu können. So, ich denke, der Livestream klappt jetzt soweit, ich werde ihn jetzt nicht weiter begleiten. Jetzt drehe ich mich dann mal auf das Spiel. Oh, mach! Oh, mach! Ach, ich." Ja! Und ich dachte, ich würde jetzt eine totes Mädchen sein. Ja! 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 Da ist schon ein Arcade. Ich habe jetzt eine Toilette. Ich will den Terroristen vorher. Wir sind weg. Ja. Ich habe nun eine Toilette. Ich brauche mehr Mannen. Der Simpel-Rug ist sehr schön. Vielleicht zwei Stück davon. So, jetzt haben wir die beiden Teile aus. Die Regeneration ist gut. Keine Monster-Landweg. Dann gleich mal wieder aus. So, die erste Belohnung abholen. Das ist natürlich so, dass ich nicht unter Zeitdruck stehe hier nicht. Ich habe gesehen, was du mit Hilick gemacht hast. Laini's watch ist nicht viel. A Wai-Fisch! Wir arbeiten mit Hilick. So, wir starten. So, Lightning, Cold und Zombies. Hm. So, mach den. Wir haben so keinen Platz für das Blas. Da. Kann ich helfen? Doch, es ist gut. Der ist gut. Und das ist gut. Als ob es gerät glaube ich. Ich bin. Und dann muss das Blas. Die ganze Sand schiebert mit Malus. Hier gibt es eine Kraft, die mich erläutert. Die Sand schiebert. Okay, jetzt hätte ich einen Ironhead mit dem Klauen. Naja, schauen wir mal später. Hm. Ich könnte immer mal den Tor an den R.I.T. ... ... ... ... ... ... Die scheint zu sehen mehr. Die scheint zu sehen. Die scheint zu sehen. Die scheint zu sehen. Was? Die scheint zu sehen. Ja! 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 She's got flukty. To learn is to live. Da ist schon die Garantie von der Ration, von der, das ist der Halt. Was war jetzt so, dass die Kliniken mit Verletzung, dann ist sie gleich. Ja! 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 Und Heavy Strike. Auf die Wand. Let's see. Ich wünsche mir Zafar als nächstes, aber ich schaue mir den Gänsehaut mal wieder hin. Ja, aber hier ist immer noch meine knappste Schausse. Dann schauen wir mal, dass ich noch etwas mit meiner dazu habe. Tja, wir sind dann das jetzt in einem Passwort, in einem von den getotenden Zonen, die wir versorgen müssen, aufzusuchen. Ich werde erst einmal sehen. Ich würde sagen, da gehen wir mal noch ein bisschen zusätzliche Ausrüstung. Ich würde mir das antun werden. Ich werde das nicht beeinflusst. Ich werde das nicht mehr nehmen. 4 Sekunden Ich habe jetzt 2,1 Ich habe noch 2,1 Okay, das ist ein Ophelien Ja, das ist ein Epektar Oh, das ist ein Epektar Ja, da ist schon wieder irgendwas Wahrscheinlich ist das das random Teil Für Für die Feuerführung Das gefällt mir nicht Ja 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 So funktioniert es aber nicht Ja 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 Das ist nur die Schlucht Das ist gut, das ist ja schön Ja 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 Die Liveregulation werde ich so schnell nicht aufgeben Da muss schon was deutlich besseres kommen Ja 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 es geht noch nach oben weiter vielleicht letztlich mit dem Blitz dann noch ein bisschen mehr anstellen n-d-d-d-d aber n-d-d n-d 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 Hallo. Hallo. So, da unten wartet... Okay, das kommt über die Kante überhaupt nicht, oder? Das muss ich so oder so nachdenken, oder? Ich muss doch auch den Kopf flagen lassen. So schön. Etwas mehr Leben werden. So, der Schild wird immer im Vergleich zu. So, das ist mein Leben dargestellt. Deutlich kleiner. I need more mana. Sehr gut. Okay, das war's für dich. Ich weiß nicht, dass ich nicht, dass mein Leben gerichtet. Ist ja mehr mana. Das andere ist nicht. Was ist jetzt noch? Ja, ich werde jetzt erstmal die Kampfstärke ein bisschen verbessern. Ich werde jetzt hier auch so vieles bunte... Ja, ich werde jetzt hier. Ja! 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 Ja, das war's für mich. Oh Gott, he's in der Nähe. Oh Gott, he's in der Nähe. Ich bin so gut, ich bin so gut. Das ist der Mannschaft. Das ist der Mannschaft. Das ist das, was mir noch nicht gehalten ist, was wir noch nicht gehalten sind, was wir noch nicht gehalten sind. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, jetzt kann ich versuchen, mich erstmal da drinnen auszutoben, in der Hoffnung, dass es da nicht ganz so schlimm wird. Vielleicht hätte ich das. Schauen wir mal. Oh. 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 Was ist das der Dettel-Dettel-Dettel-Corps oder so? Nein, das ist alles. Nix, nix brauchbares. Das gibt es ja echt nicht. Das ist aber ein bisschen mehr. Das ist ja nicht. Maximum life ist immer noch wichtiger. Eigentlich wäre auch mal eine Mahlerplasche nicht schlecht hier. Kann ich auch eine Bestellung aufgeben. Der Golden hinterlässt nichts. Und die Weißen lassen den Golden in den Hut. Naja. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Und der Golden. Ich brauche mehr Mana. Wollt schon. Einmal in die Anzahl an der Zettel. Gut für Energy Shield. Der Natal ist nur noch. Jetzt werden wir noch einen blauen Slot haben. Ich bekomme schon mal unser Entgib, was auch immer sein. Oder ein Schild mit Energy Shield. Soll ich die 2 noch mal da sein. Ok, der war ja zwar recht zack, aber nicht so schlimm. Also er war schnell und zack war ja nicht so schwer. Oh, ich hab keine Potenzial mehr. Das ist gut. Und müssen wir wohl ein bisschen Krimskrams einsammeln. Und ein paar Fotze ausbekommen. War das schon unser Endgegner? Ja, dann war es ja nicht so schlimm. Ja, dann war es ja noch nicht so schlimm. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich brauche mehr Mana. Das ist gut. Ja. 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 Zeig. quota place. Okay. Ja. 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 Too much clutter. So, ist davon jetzt noch interessant. Also eigentlich beides. So, ist das noch voll? Ist das noch voll? Ist das noch voll? Ja, wir schauen, ob das ist. Das ist okay. Oh. Ein Lot. Feier. so dass der aufgeladen werden muss mal gucken wie lange das dauert bis der aufgeladen wird ich gehe erstmal zurück in die rausstützen so platziert hier war Oh, okay, too much. Oh, das war's. You don't think it wants to be ready. Too much clutter. Oh, okay. Kann ich ja schon mal einen Teil identifizieren. Ich habe die Beteilung. Juh, juh, juh! Ich brauche mehr Mana. Na, da sind ja noch ein paar schöne Sachen dabei. Ich habe ja nicht meine Portals rollen. Oh, ja. 2, 2, 1, 2, 2, 3, 4 Das ist ja ganz nur noch normal Das war's für heute. Hey, Live Regeneration. Sehr schön. Das war's für heute. Na gut, lassen wir's dabei und bringen das Ganze erstmal weg. So, das erste Wahlitem und alles ganz gut überlebt und überstanden. Ich hab noch keine genaue Idee, was ich jetzt mit dem Typen da machen soll. So, das war's für heute. Can I help? So, darf ich das jetzt irgendwie identifiziert sehen? So, da krieg ich dafür natürlich auch nicht viel Kulturen, sondern auch nicht viel Stammteile. So, da ist es schon wieder. So, umskillen. So, umskillen. So, umskillen. Hello. Hello. So, umskillen. So, umskillen. So, umskillen. So, umskillen. So, umskillen. So, umskillen. Look at an innovation facility. Be careful. Okay. Jetzt. Ja, entweder schleichen wir jetzt an dieser komischen, geschlängelten Irgendwas vorbei, oder ich probiere ihn doch noch zu Herr Levy. Schleich, schleich. Schauen wir mal, wo sie steckt. Schleich. 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 Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Das kann ich erst machen, wenn ich den Firestorm habe. Gut, dann gehen wir auf die Insel, bin eh reif dafür. Ja! 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 ja ja nicht schlecht Ja, ja, Strongboxes. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Nein, 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 nein. Ich hasse diese Viecher. Okay, also anscheinend können die kreuz und quer irgendwo hier rein wechseln. Das ist anscheinend das Thema Invasion. Sogar der Bossgegner dahinten. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Schön, ich habe einen Unique Invader gekillt. Ich habe einen Krimsdangst. Ich habe einen Krimsdangst. Kann ich hier etwas interessantes da sein? Ja! Ja! mehr als 20 monstere stecken die alle ja, ich auch ja, wenn die jetzt noch gelb werden, das wär schon das war's das war's so, ich schleiche mich bei dem anderen Mal weiter vorbei und geh erstmal zur nächsten und hol mir die Belohnung für die meisten Quest für den Krieg 10 und der die Schießt es. Ja, auf jeden Fall ist es gerecht, wo es müsste werden. So, was jetzt? Jetzt wachsen mir meine Gems über den Kopf. Die 12 Monster ist die Frage, ob die alle von dem anderen gerufen wollen. Aber dann erstmal zurück. Vielleicht gibt es hier ja einen Wegpunkt. Das heißt, das nächste ist dann der Nekromantja fertig. Das heißt, das nächste ist dann der Nekromantja. Das heißt, das ist dann der Nekromantja. Das ist dann der Nekromantja. Das ist dann der Nekromantja. Ja, der Nekromantja. Und dann schloss die Nekromantja. Das heißt 56, ich will 20% mehr. Das ist dann schon wieder. Und das ist das, das ist das, das ist mehr. Und alle haben die Saison jetzt gefehlt. Na gut. Und... Was? Na ja, wieder kommen wir heute nicht mehr. Was little help I can offer is yours? So, you managed to salvage check. Na ja, endlich die Eisnummer. Gucken wir mal, dass sie Glück bringt. Wofür war die jetzt eigentlich? Okay, noch mehr Live Regeneration. Hey, noch mehr Live Regeneration. Hm, haben wir jetzt auch was. Ich guck mal, was ist das? Und weiter mit... Telechance. Wir gucken mal, ob das Schildschirm ein bisschen was er verbieten hat. Hm, na ja. Immerhin Level 6. Das heißt... Hm. Noch 9 Level. Und dann gibt's ne Pause. Hm. Immerhin Level 6. Das heißt... Noch 9 Level. Und dann gibt's ne Pause. Hm. Hm. Das war aber nicht nett. Ja! 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 Die Eisnova ist noch etwas schwächlich. Aber sie wird schon weit auf die Helle. Also die Helle wird schon weit stehen. Die Helle wird schon weit auf die Helle und die Helle wird schon weit auf die Helle. Naja, außer der Cortus ist jetzt eigentlich nichts spannendes dabei. Ja. Ja, ich bin es nicht drin. Oh! Ach, kommen wir hier. Naja, okay. So, überhaupt nicht. Ich glaube da nicht. Oh, da ist ja nicht drin. Okay! Das ist auch eine Wand. Jetzt habe ich aber wieder zu identifizieren. Naja. Warten wir halt noch ein bisschen. Das ist schon wieder so ein Feeder. Dann lässt du mich in Ruhe. Vielleicht sehen wir mal, dass ich den drücken mache. Das ist schon wieder zu sehen. Oh, du hast ja. Ich brauche mehr Mane. Die Dead kann ja wohl nicht wahr sein. Wieso gelten diesmal eigentlich die ganzen Challenges? So, das ist Invasion League, deswegen finde ich das dann. Das ist ja zumindest schon mal ganz schön. Ach komm, räum halt mal ein bisschen auf. Was hab ich falsch? Dann hab ich... Das geht auch wieder nach oben. Ja. Hab ich überhaupt noch ein normales Item? Ne, aktuell nicht. Ja! 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 Das war's für heute. 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 Wow. Das war's für heute. 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 Was ist das. Das war's für heute. 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 Ich bekomme. Ich habe mehr manna. Das war's für heute. Life is fleeting. 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 Entschuldigung. Alter, es ist aber nicht viel zu tun. Das ist schade. Na dann, räumen wir hier mal auf. Aber der zweite Impuls fehlt auch noch. Und der zweite Entgegner. Ich bin gespürt. Ich bin gespürt. Ich bin gespürt. Weniger Tieren. Jetzt kommt hier wieder ein. Ich bin aber wieder ein. Das ist eine große Aufschlung. Das ist eine große Aufschlung. Das ist eine große Aufschlung. Moment, kenne ich das Vieh ja nur schon, aber wo steckst du? Oh, ich weiß nicht, wie ich das mache, ich weiß nicht, wie ich das mache. Oh, das ist nicht schön. Geht gut, da willst du halt. Geht gut, da willst du halt. Ah, das ging jetzt nicht gut. Hm, das geht gut. Na, schauen wir mal schnell nach Hause. Dann bekomme ich jetzt den Firestore. Ja, schauen wir mal. Ach, Doppelstreich und Draws, da gibt es noch einen Unterschied. Das war ja auch zu schön gewesen. Naja, vielleicht werde ich jetzt noch ein bisschen die eigenen Geschäfte bekommen. Ja, das war ja. 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 Ja, das war ja auch gar nicht. Ja, das war ja. Ja, ja. Ja, ja. Nochmal life regeneration. Hallo. Mhm. Ja, jetzt kann ich ihn wieder benutzen. Dann kann ich ihn weiter mittlerweile nutzen. Okay, jetzt habe ich den Text nicht mehr. Ich hab ihn wieder benutzen. Ich hab ihn wieder benutzen. Ich hab ihn wieder benutzen. Okay, dann weiter. Ah, ich hab jetzt die Belohnung nicht abgeholt. Naja, ist ja nicht schlimm. Wir kommen ja bald wieder zurück. Ich hab hier noch eine Kiste. So, dann geh ich jetzt Eis weiter. Ach so, da hinten ist ja noch die... ... die Wahnhöhle. Ja, das ist gut. Klingt wie vielerig. Ja! 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 Okay, da haben wir ja sogar noch nur... ... die Anzeige, wenn ich da nicht schon leicht bin. Ich brauche noch mal. Ja! Die Armel ist jetzt frei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja! 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 Die haben jetzt Resist Called, das heißt, es wechselt sich einfach mal eben so ab. Ja, hier sieht er, das ist Feierabend. Das wird sich trotzdem dehnen. Oh Mann, soll ich mir den Spaß gönnen? Noch lebig. Was denn? Ohne Überraschung. Ohne Überraschung. Aber dafür haben wir alle gute Quality. Das ist schön. Das heißt es gibt 40, das heißt es gibt eine Steigerung. Na gut, ich denke es hat sich trotzdem gewöhnt. Ohne Überraschung. 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 Ich brauche mehr Manna. Was ist denn jetzt die chestplate? Ich brauche mehr Manna. Hallo? That would just make life complicated. I'm going to buy a new one. I'm going to buy a new one. Die haben schon wieder alle Teile gefahren. Hallo. Das war's für heute. Okay, das war's. Alles nicht zu schlucken. Schauen wir mal, wie der Prost geht, dann schauen wir mal gut. So, Level 8, hm, noch einiges zu tun bis Level 15. Was ist denn? Ständig muss die Belohnung vom Tagleiter abholen. Nicht vergessen. Am nächsten Milchpunkt nach Hause und die Belohnung abholen. Ich glaube ich ja nicht einen Firestorm nutzen kann. Tja, Vielfalt ist immer gut. Wir müssen die anderen haben jetzt leid nehmen. Ich wechsle sogar. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber gar nicht, was willst du denn? Ich weiß nicht, dass du dein Leben regenerierst. Ich kann das nicht nennen. Er geht nicht nennen. Echt? Aber auch nicht. Immerhin und nicht. Ich könnte es nicht nennen. Ich hätte es nicht nennen. Ich bin nennen. Ich bin zu schütz. Ich bin nennen. Ich bin zu schütt. Ich bin nennen. Ich bin nennen. 30? Ja, Wahnsinn! Ja, Wahnsinn! Ja, Wahnsinn! I need more mana. Das war jetzt ein Powerarmulett. Ich kann ihn nachher auch gleich mal aufwerten. Ich habe ja schon nicht genug, dass ein Teil überall ist. Was ist das schon? Die Applaus haben wir jetzt schon? Da würde ich mir gar nicht himmeln. Was ist das? Keine Steinberg. Was ist das? Ja! 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 Ok, da sind die Flooded Depths, da habe ich auch noch eine Aufgabe zu erledigen. Ja! 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 Too much clutter. Ja! 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 Jetzt noch mal 10,9... ...fünfzig... ...und das so richtig war... ...und dann halt jetzt mal nachschauen, so wie wir die Beziehung sind. Aber hier ist jetzt gar nicht so speziell, dass sie da anbieten... ...nach gut, ihr meint es halt jetzt nicht. Die Boots sind uninteressant, aber schon gelb, ne? Die Boots sind uninteressant, aber schon gelb, ne? Das klingt auch nicht mehr besser. Ja! Ja! Oh nein! Oh nein! Muss ich natürlich gleich nehmen. Das klingt schwer! Ich sage ihn sind nicht knappfestigt, sonst armor muss ich fahren... Seidst du hier. Ja! Ich hab mir ja so vor, wie bei All Flames. Warum kommen hier die ganzen schwarzen Typen auf? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja! Superschön. Endlich mal eine große Romana-Flasche. Das hat ja ewig gedauert. Hallo? So, die ist unidentifikant. Na ja. So. 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 Wow, was für eine Durchschlagskraft, das gefällt mir. Ja! UNTERTITELUNG 17 Monster sind noch am Leben. Nicht mehr allein. Ich habe mich allein gewohnt und sowas. Gelten die eigentlich 1-3 mehr. Ich habe mich allein gewohnt. 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 Ach, zurück. Ich habe mich allein gewohnt. 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 Mein Pfeierfühl ist bald ein, aber wir hatten ja überhaupt 6. Ich fiel. Die Moodflats sind doch hergekommen. Auf zur Strongbox, Large Strongbox. Ich fiel. 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 Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Fates smiles with sharp teeth Level 10! Wahrscheinlich dauert zumindest noch ne Sch... ...und noch mal eine gewisse Zeitpunkt. Bis zum nächsten Level. Ich bin halt nicht ganz so flott. Das sind wirklich... Kopfschmerzen! Ja! Too much clutter! Na ja, ist so ein guter Platz da. Einmaler Gain, okay. Aha! Selten so gut gelacht. Ach so! Oh! Fire Damage, Lightning... ... und... ...Fire Walker. Und danach Coin. Tja, wo steckst du? Oh! Oh! Ich musste eh noch den zweiten entgegner gehen. Oh! 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 Max! 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 Wahnsinn. Und ich hab keinen Platz mehr. Ich hab sie nicht verliehen. Hi, call. Gern mal ein Level Plus. Das klingt doch gut. Nein, Moment. 42. 37. Das ist nicht optimal genug. Man kann einen Fallgab gleich mit dem machen. Nein. Ich komm hier wieder. Das war's. Ach man, das ist ja wieder ein Quark. Okay, das ist eigentlich 10, 20, 30, 40, 40. Okay, das ist ja wieder ein Quark, das ist ja wieder ein Quark. 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 So. Nee, das ist ja wieder ein Quark. Das ist ja wieder ein Quark. Das war das. Ja, ich bin ein bisschen mehr. 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 So, dahinter muss jetzt gleich der Übergang sein. Genau, da oben ist er schon. Das ist dann der Oper Submerge Passage. Und das eine hole ich mir noch. Ich hoffe, dass es hier in der Gegend ist. Ach, den Wegpunkt, den habe ich noch gar nicht aktiviert. Hätte ich mir für die einen Scrolls sparen können. Na ja. Mal wieder nicht drüber gedacht. Na ja, wo steckt denn der letzte? Was kann ich da jetzt? Ich habe gesungen nach dem Ding. Schade. Dann halt nicht. Dann ab in die Oper Submatch Passage. Ja. So, das ist erledigt. Das ist erledigt. Ja. Ja. Und wenn sie frostig zerplatzen, dann haben sie keine Strom. Das gefällt mir. Das ist der Durchmatch. So, das ist der Durchmatch. Die Durchmatch. Die Mother Moser. Die Remember. Die Rückmatch. Die Rückmatch. Die Rückmatch. Die Rückmatch. Die Rückmatch. Die Rückmatch. Die Gift-Spur. 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 There's a... Die Gift-Spur. 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 Can I help? Die Gift-Spur. 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 Die Gift-Spur.